Tschönen guten Tag, letztens kam wieder ein, ich habe mich gestoßen, war dann zu scheiß Animationen online und jetzt mache ich Behind the Scenes zum zweiten Mal. War die erste schon ein halbes Jahr alt, das ist vielleicht etwas und hat sich etwas geändert, sag ich mal. Ich habe angefangen in den Sommerferien, habe ich so ein paar Ideen schon gesammelt, nicht viele, nicht so gute vielleicht, aber auf jeden Fall habe ich ein paar Ideen gehabt, habe die notiert, in Notizen hier, um halt so einen Plan zu finden für die Folge, was so der Plot sein könnte. Das hier oben war die erste Idee, die hatte ich irgendwie, Sommerferien, fand ich lustig, keine Ahnung. Ich sage so ein Randomvix irgendwie, was für dich so das bedeutet, was zum Fick. Das hat, glaube ich, Niklas mal irgendwann gezeigt. Ich habe dann eine Deutschstunde dafür genutzt, mal den Anfang zu planen. Die wollen ja die Mafia pranken, also brauchen die irgendwie einen Plan gegen die Mafia. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die brauchen erstmal Inspiration dafür und dann gehen die einen Film gucken oder die gehen zu Starbucks oder die gehen einfach nur raus oder die gehen zu Subway. Ich hatte nämlich an dem Tag was geträumt, also die Nacht davor halt, da war ich bei Subway irgendwo, habe mir irgendwie einen schwarzen Milchshake bekommen und der war sau lecker irgendwie, keine Ahnung. Und wir hatten nämlich schon, in den Ideen hier irgendwo, war die Idee halt drin, dass ich, dass die, dass sie eine Lizenz brauchen. Standort habe ich hier einen Whiteboard dran. Dann habe ich überlegt, was hat das für eine Auswirkung jetzt, dass die keine Lizenz haben. Habe ich überlegt, Geldstrafe oder dass die in den Knast kommen. Als wir gesagt haben, Knast, nein, das ist ja auch komplett kein Milchshake. Aber dann habe ich gedacht, warte mal, die gehen in den fucking Knast und dann brechen die aus mit den, ne? Und dann lernen die, die leben. Da ist es. Grün und ausbrechen. Durch große. Noch ein zweites Deutschblatt. Schließlich mal aufgeschrieben, was da so ein bisschen passiert in den einzelnen Szenen, was da so bei Subway passiert. Für die Animationsvideos mache ich sowieso keinen Strip, das heißt, das brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich mache hier einfach nur ein Storyboard und dann improvisieren wir quasi so ein bisschen. Aber einfach nur so, dass man halt sieht, was da passiert. Das habe ich dann hier einmal reingepackt in den Notizen. Dann habe ich gegen Musik noch eine Idee. Ich habe so eine Zeichnung davon gemacht, wie das so auch, wie das hier so ein im Gefängnis so ein krasses Musical macht. Man sieht hier, das ist nicht ganz so gut gezeichnet, sage ich mal, aber man sieht hier, das sind so Leute mit so Ringen irgendwie, die im Pool, die im Wasser sind, das irgendwie cool aussieht. Das heißt, jetzt habe ich diesmal den Plot schon fertig eigentlich fast, zurück oder so. Muss da vielleicht noch ein bisschen ins Detail reingehen überall und das mache ich jetzt im Storyboard. Ich habe einen langen Hals hier und das ist der Kopf nicht im Weg. Der Kopf ist ein bisschen groß geworden. Oh, hier, das auch da was. Hier habe ich ein paar Ideen noch gehabt. Also erstmal muss man eine scheiß Zeichenkünste bewundern eigentlich. Also ich muss sagen, das ist nie rassistisch. Ich finde, das ist einfach nur lustig. Das war irgendwie ein spannender Witz gewesen eigentlich wieder. Hier auch wieder irgendwie so eine spannende Sache. Ich habe hier noch ein bisschen mehr gelesen. Ich habe jetzt noch etwas hinzugefügt letztens. Also ich muss sagen, ich habe gerade gedacht, ich habe irgendwie viel zu viel geschrieben hier. Ich habe mir dann gleich, ich habe mir das alte Storyboard hier an. Und hier ist auch ziemlich viel geschrieben zwischendurch mal so. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Typ hier ein zweiter Antagonist wird. Ich habe hier bei finden keinen guten Plan. Ich habe hier einfach fliegende Plätzchen gelesen. Und habe mir gedacht, yo, warum eigentlich nicht? Und jetzt greifen hier fliegende Plätzchen an. Jetzt fange ich mal an mit den echten Bildern. Ich habe jetzt das Storyboard noch nicht ganz fertig eigentlich. Aber ich habe mir gerade gedacht, yo, ist mir egal. Was ist denn für ein Bullshit hier schon wieder? Einfach viel zu lang für die scheiß Chaouch gebraucht. So, ich habe jetzt das hier mal ungefähr nachgezeichnet. Der Ding ist aber noch ein bisschen schöner. Ich habe immer noch einen Cliffhanger oder so. Ich habe mir jetzt gedacht, yo, der sagt einfach, dass die Mutter von dem immer noch von der Mafia gefangen gehalten wird. Das Ding ist einfach, der Kram ist einfach viel zu lang geworden hier. Viel zu viele Bilder gemacht diesmal, glaube ich. Hier doppelseitig gemacht. Und auch hier doppelseitig. Alles voll. Es wird recycelt. Mach mal ein paar Spannendes, Niklas. Geil. Geht's jetzt los? Also nicht so, sondern so. Moment, ich habe plötzlich hier. Ah, mein Ball hat... So ein Reisgeräusch, so als wenn du so... Na, Reisgeräusch, weil ich die Chinesen meinst. Das kommt gleich in 5-10 Minuten. Obwohl es zu wissen, ich wollte es nicht eigentlich wissen. Ich wollte es eigentlich nicht wissen. Alter. Maximal behindert. Was steht da? Ich verstehe jetzt, okay. Weißt du nicht? Wie heiße ich? Es ist einfach... Na, geht das los. Auto, braucht auch einen Flugerschein mit. Großes Ding, Flugerschein. Hast du deine Nase? Das war aber auch kein Flugerschein, lol. Ich war mal weiß. Das sieht nicht lecker aus. Ich kann das eigentlich im Bild verrutscht. McDonalds. Beispiel in dir und so. Wollte Linus nicht in 5-10 Minuten kommen? Hat er gesagt? Ja, der kommt immer zu spät. Okay, ich setze mich hier hin jetzt mal. Ich muss den Tank auf Femme, ich weiß, was ich meine. Linus ist da nicht. Linus ist da. Ja, schönen guten Tag. Was halten Sie denn von dem Spiel? Ja, ich muss persönlich sagen, das war keine gute Leistung von uns, Mann. Da haben wir uns ein bisschen nicht belohnt für das, was wir mal gemacht haben. Aber wir haben auch eigentlich nichts gemacht. Deswegen haben wir uns nicht belohnt. Das war ja schon mal eine gute Expertise. Schon mal eine gute Selbstbestimmung. Einatmenkreff. Rektionär. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hast du den Handy dabei, Jus? Für Mikrofon, du? Ja, das Mikrofon ist kaputt. Ich bin mit deiner Nase gleich in den Kopf, weil du links drin hast. Ich bin mit deiner Nase gleich in deiner Mutter, Junge. Halt's. Bingo. 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 Hast du deine Mission überhaupt geguckt? Nein, hab ich nicht. Aua! Zu lange! Oh, Kühne weg! Was? Entschuldigung. Ich vergebe dir, okay? Was für eine Waffe? Der hat Schilder bei euch. Mir ist kalt. Bisschen traurig. Mir ist kalt. 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 Ich werde dich im Schlaf umbringen. Genau so machen wir das. Genau so machen wir das. Genau so machen wir das. Ey, ich muss raus! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Ich lass mal nicht. Ich lass aber nicht. Aber die ist ein bisschen hoher. Ja, wie du, lol. Der Kamin da vielleicht, der ist ziemlich hart. Ah! Du, du, Mann! Und alle vereinen! Und alle vereinen! Und alle vereinen sich! Und alle vereinen sich! Fliegen und so! Doch, der Kass! Du, Mann! Du singst jetzt den Bullshit! Ich sage dir! Ich sage dir, das mache ich nicht! Du hast eigentlich gefunden worden und so, ne? Ja, wenn du mir deinen Sinn hältst, Alter! Was ist mit der Frauenbrüte los? Was ist mit der Frauenbrüte los? Du leid! Weiß ich auch nicht! Ich habe jetzt gerade von jedem Storyboard-Bild ein Bild gemacht. Und das jetzt mal hier reingepackt. Du kannst das wie du Trätsch komplett zu Ende machen. Vom Ton her. Ich bin noch bei 27. Und das sind halt 74. Das dauert noch ein bisschen. Clips synchronisieren. So habe ich mir das vorgestellt, muss ich sagen. Was macht der eigentlich da? Was ist das für ein Bullshit? Soll das Ding an so einen scheißen Mund reinnehmen? Was zum Glück ist das? Wenn ich jetzt um das Bild zu machen, die Leute hier einfach mal ganz kurz spiegle, dann sehen die irgendwie ein bisschen kernbehindert aus. Ich lasse da einfach so rum. Ich kann einfach nichts machen hier. Mir ist aufgefallen, dass der komplett, also fast voll ist. Also ich muss sagen, das ist schon ziemlich entspannt. Das dauert zwar generell schon ziemlich lange, vor allem, weil ich jetzt irgendwie dreimal so viele Bilder habe, wie beim ersten Mal. Aber ich muss mich nicht irgendwie hinstellen, die Lines ablesen, sagen, das aufnehmen und dies, das. Aber ich sitze einfach hier und mache den Kram nur so. Entschuldigung. Jetzt tippe ich gerade den ganzen Dialog hier in die Notiz rein, aber es dauert halt schon ziemlich lange irgendwie. Ich bin mit den Bildern fast fertig und sehe jetzt nur noch eins. Und deswegen habe ich ihn jetzt hier reingepackt. Das war einfach hier komplett falsch rum, so. Ich würde sagen, sowas ist fertig. Nice, Mann. Du kannst dir jetzt mal das Video angucken oder ein anderes Video angucken. Ne? Schön darf noch. Tschüss.